Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, da sind wir schon wieder beim Ruhr-Podcast. Ich sitze schön hier in den Räumen der Durian. Draußen blästert es in Strömen. Wir sitzen trocken und angenehm. Wer ist wir? Ich bin immer noch alleine, weil meine Kollegin Annika noch im schönen Florida weilt. Aber mir gegenüber sitzt der Lars Hoffmann. Und warum der Lars Hoffmann heute hier ist, das wird er uns jetzt gleich erzählen. Hallo Lars. Hallo Frank. Hallo du. Sehr gut. Lars, unser Thema ist heute, ich verlasse den Ruhr-Pod. Warum bist du dann da? Weil ich tatsächlich aktuell nach 30 Jahren Ruhr-Pod... Die Schnauze voll habe. Genau, ungefähr. Nein, meine Frau und ich gehen nach Shanghai. Sie hat einen Job da und ich werde halt mitgehen und mir neue Aufgaben suchen. Das ist natürlich super. Die Frau hat Arbeit und du bist bei bester Gesundheit. Das ist eine hervorragende Voraussetzung, oder? Eine moderne Ehe. Eine moderne Ehe. Du hast ja das Geschäft deiner Eltern weitergeführt, einige Jahre lang. Der City-Elektroniker, der in Duisburg ja eine feste Institution war und in manchen Köpfen immer noch ist. Jetzt, nach wie vielen Jahren? Über 30 Jahre waren es, glaube ich. 82 Gründungen von City-Elektroniker. Das sind jetzt halt fast 37 Jahre gewesen. Seit Mitte der 90er bin ich halt mit drin und dann auch als Geschäftsführer tätig gewesen. Voll übernommen dann seit 2007. Da geht ja eine kleine Ära zu Ende. Also nicht nur in Duisburg, sondern auch für euch. Also für dich als Lars, aber ja auch für dich als Ehepartner, als Sohn. Ich meine, da sind ja gleich mehrere Facetten, die so eine Entscheidung mit sich bringt, oder? Ja, das waren jetzt überwiegend halt auch private Entscheidungen, die dann zu der Entscheidung geführt haben, dass wir nach Shanghai gehen. Aber natürlich sind das nach 25 Jahren, die ich jetzt selber wirklich hinter der Theke City-Elektroniker stand oder City-Elektroniker maßgeblich zu dem gemacht habe, was es dann im Endeffekt halt auch war. Ist erstmal ein schwerer Schritt. Das kann ich mir sehr lebhaft vorstellen. Also wenn hier jetzt irgendwie einer reinkäme und sagen würde, hör mal, du gehst morgen nach Kanada, würde ich zwar sagen, geil, mach ich. Aber das irgendwie dann so alles hinter sich zu lassen, kann ich mir schon auch schwierig vorstellen. Also das muss man erstmal machen, so einen Weg. Das, ja, definitiv. Also das ist emotional, waren auch gute Gespräche, waren auch viele Leute, die halt dann ankamen, die es halt bedauern. Es gab auch Skurrile, die mich mehr oder weniger beschimpft haben, dass ich den Laden zumache. Wie hat dich einer beschimpft, dass du den Laden zumachst? Wir haben oft Kunden jetzt im älteren Sektor, ich sag mal 60 plus, im Laden gehabt und verschimpft, dass sie zumachen, wo soll ich denn meinen Schalter bekommen? Ja, nun, das ist halt nun mal meine Entscheidung gewesen. Ich sag mal, auf ironische, satirische Weise, ja gut, kann ich nachvollziehen. Nein, es waren wirklich blidigende Leute vor dir. Gibt's ja gar nicht. Aber gut, das hat mir da zumindest gezeigt, dass wir irgendwo wichtig waren in Würzburg. Ja klar, denke ich schon. Also jetzt muss man dazu sagen, ihr wart ja eigentlich der letzte Anbieter von Elektroteilen dieser Art, oder? Also ich kenne sonst keinen mehr. Für Electronic Paths war mir, bis eigentlich wir die Entscheidung getroffen haben, auch nicht ganz so bewusst. Dortmund hat vor fünf Jahren zugemacht, aber halt sang- und klanglos. Der Bochumer, der hat Anfang dieses Jahres zugemacht und macht nur noch einen reinen Online-Versand. Mörs, die Firma existiert noch bis Ende nächsten Monats, dann gehen die aus Altersgründen halt auch in den Ruhestand. Von Krefeld aus bis Richtung Münster gibt es dann keine Elektronikladen mehr. Das ganze Ruhrgebiet ist komplett leer, trotz dem ganzen universitären Bereich. Selbst Konrad Elektronik schließt jetzt alle Theken, also alle Kleinteilsachen. Ach. So, damit ist das Ruhrgebiet eine weiße Fläche. Also wer es machen möchte, hat jetzt Erfolg. Unglaublich, aber den Bedarf gibt es doch nach wie vor. Also ich kenne total viele Frickler, die auch alle noch selber irgendwie an ihren Plattenspielern und Radios rumschrauben. Oder die selber irgendwelche Anlagen in ihren Keller installieren oder sonst was. Und die haben jetzt keine Anlaufstelle mehr sozusagen. Ne. Also es gibt keine Anlaufstelle mehr für diese klassische Elektronik. Ob es speziellere Batterien sind, ob es der Schalter ist, für deine Waschmaschine, was auch immer halt. Das gibt es jetzt im Umkreis 30 Kilometer gar nicht mehr. Dann warst du also quasi auch noch der letzte Elektronikteileversorger im Ruhrgebiet. Richtig. Ob für Privat oder für Gewerbekunden, also das ist schon ein schwerer Einschnitt. Das heißt, diese Leute müssen jetzt auch alles bei der Firma mit dem großen A bestellen? Ja, mit dem großen A oder was viel problematischer ist, nicht gesicherte, gerade in der Elektronik ist ja so ein bisschen Sicherheitsaspekt ja auch immer eine interessante Sache. Über die chinesischen Portale, die unangenehmerweise auch direkt über den Freihafen Duisburg halt vertrieben werden. Wobei da bei den Produkten halt nicht klar definiert ist, was bekomme ich dann am Endeffekt. Ja, also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Okay, aber jetzt nochmal Rolle rückwärts. Nach 37 Jahren den Laden zuzumachen, habt ihr die Schlüssel schon abgegeben? Schlüssel werden eine Stunde jetzt abgegeben. In einer Stunde, also quasi nach dem Podcast? Nach dem Podcast werden endgültig die Schlüssel abgegeben. Der Laden geht an einen ehemaligen Kunden halt von mir, macht dann halt Schmuck da drin. Aber ja, in einer Stunde ist die Übergabe und dann ist Schicht. Und dann ist wirklich endgültig City-Elektroniker-Geschichte. Mein Gott. Behältst du das Schild, was ihr draußen hattet, so als Andenken? Ich habe einen Banner behalten, das Schild draußen nicht. Das andere Banner hatte mehr Spaß dran, weil da auch noch ein Plattenspieler drauf war. Also, okay, verstehe. So, und dann geht es nach Shanghai, irgendwann Anfang nächsten Jahres oder so. Deine Frau hat da einen Job angenommen. Was machst du denn dann? Also ich meine, Shanghai, ich kann mir vorstellen, ihr werdet da vielleicht mal Urlaub gemacht haben oder so, oder macht noch. Und dann ist das ja für dich auch so ein echter Kulturschock, oder? Also meine Frau ist alle drei Monate tatsächlich drüben. Sie kennt das da. Wir kommen auch halt in einen Freundeskreis rein, den sie da schon seit fünf, sechs Jahren aufgebaut hat. Okay. Den ich auch teilweise kenne. Ah, okay. Das macht es für mich natürlich auch einfacher. Das sind im Großteil, ich glaube, 90 Prozent sind das sogenannte Experts. Also Deutsche, Kanadier, Franzosen, was auch immer, die in Shanghai auch irgendwo ihre Jobs halt machen. Zwei, drei Chinesen sind dabei. Komischerweise nur Chinesinnen, aber ist halt so. Seitdem mir jetzt bekannt geworden ist, dass wir nach Shanghai gehen, kommen die einen oder anderen Leute auf mich zu und sagen, hör mal, wenn du dann auch schon mal drüben bist und noch eine Ahnung von Elektronik hast, guck doch mal für mich drüben, eine Art Casting oder vielleicht umgekehrt auch Deutschprodukte drüben zu vertreiben. Also im hochwertigen Bereich geht das dann nur. Und der Chinese ist schon gewillt, richtig Geld für Made in Germany auszugeben. Andersrum vielleicht auch mal einfach keine Elektronik machen und mich mehr um Kultur kümmern. Wir haben drüben halt die Kontakte, wir haben hier Kontakte. Dann würde es ähnlich halt wie bei mir die In-Store-Konzerte im Laden halt auch drüben in Shanghai geben. Das wäre natürlich sehr cool. Ich kenne eine Menge Leute, die sofort sagen würden, ey, lass nach Shanghai und den Chinesen mal richtig Rock'n'Roll bringen. Da wäre ich übrigens persönlich auch dabei. Gut, das heißt also, ich sage jetzt mal, eine konkrete berufliche Perspektive für dich ist im Wachsen oder im Werden. Ist im Wachsen. Ich gehe davon aus, dass ich in Shanghai definitiv Möglichkeiten habe und irgendwas finden werde. Da habe ich keine Angst vor. Ja, okay. Und ich denke mal, so ein Schritt ist ja auch lang überlegt und wird ja jetzt wahrscheinlich nicht mit der letzten Mark in der Tasche bewältigt werden, oder? Nein, der Job von meiner Frau gibt uns drüben halt extrem viel Sicherheit. Auch halt, wenn wir jetzt sagen würden, okay, nach einem Jahr, wir ziehen die Reißlein, wir haben keine Lust mehr, können wir halt auch hier wieder zurückkommen. Also in der Hinsicht ist da alles offen. Aber ein City-Elektroniker wird es dann nicht mehr geben. Nein. Also City-Elektroniker in der Form, wie ich ihn gemacht habe, in den letzten Jahren gemacht habe, wird es dann nicht mehr geben. Dafür bin ich ja dann auch zu alt, um dann nochmal den Restart für den Electronic Parts-Laden zu machen. Ob es dann in der Richtung irgendetwas geben wird mit Vertrieb oder sowas, das ist offen. Okay. Was machst du denn mit dem ganzen Wissen, was du dir dann über die Jahre ja auch angeeignet hast? Und ich meine, du warst ja nicht nur der Elektronik-Parts-Fachmann hier in der Region, sondern du warst ja auch engagiert im Einzelhandelsverband, bei der IHK und so weiter und so fort. Das lässt du ja quasi alles hinter dir. Du machst da einen richtig harten Cut, richtig? Also ich bin jetzt noch ein knappes Dreivierteljahr hier. In diesem Dreivierteljahr werde ich mich auf jeden Fall politisch neu engagieren, sprich dieses Wissen halt auch noch in Stadtentwicklung einbringen. Ich bin nicht mehr im Lobby, klassischen Lobbysachen halt wie im Verband oder IHK halt drin. Klar, ist das ein harter Cut. Aber ich glaube schon, dass ich mich auf anderen Wegen auch dieses Wissen wieder einbringen kann. Ja, nun, ich meine, du könntest natürlich dann auch von China aus irgendwie als Händler tätig sein. Ich sage mal, Online-Möglichkeiten gibt es ja genügend. Ja, natürlich kann ich jetzt einfach die andere Seite nehmen und den chinesischen Händler mimen, ob das jetzt so viel Sinn macht in der heutigen Zeit. Klar, wenn ich jetzt drüben zufällig ein Produkt finden sollte, wo ich meine, das würde Sinn machen, wäre es allerdings von meinem Verständnis als Händler wahrscheinlich eher, dass ich einen Großhändler, wo ich dann denken würde, das würde passen, Distributor in Deutschland suchen. Und das dann da drüber machen. Okay. Kommen wir mal ab von der rein wirtschaftlichen Schiene. Jetzt ist ja das Ruhrgebiet, glaube ich, mit Shanghai nicht so wirklich zu vergleichen. Also Shanghai, ich kenne natürlich nur Bilder, ich war selber noch nie da, aber es ist ja offensichtlich eine sehr moderne Stadt. Ich war extrem hoch technisiert auch und ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das Leben dort ein komplett anderes ist. Nicht nur kulturell anders, sondern auch der ganze Ablauf wird ein anderer sein. Und dann gucke ich so ins Ruhrgebiet, da ist ja vieles auch so ein bisschen verschnarcht hier immer und so. Was wirst du vermissen? Kannst du das schon sagen? Oder gibt es etwas, wo du sagst, ah scheiße, das wäre jetzt nochmal eine Überlegung wert gewesen? Also die Subkultur im Ruhrgebiet werde ich schon vermissen. Wir werden zwar auch eine Art Subkultur in Shanghai unterwegs sein, aber ich glaube, dieses freie Denken und dieses freie Ausprobieren werde ich da drüben nicht ganz so erleben können, wie ich es hier in Duisburg auch vor allen Dingen in Duisburg erleben konnte. Ja gut, das wird ja auch zunehmend eingeschränkt. Also ich meine, wenn da jetzt auch dieses Punktesystem wirklich Raum greift. In Shanghai wird es momentan noch keinen Raum greifen. Weil? Weil auch die chinesische Regierung halt dann doch genau weiß, wo brauche ich die Leute mit Luft? Die Kreativköpfe, die sind nun mal in Shanghai. Die werden auch noch nicht eingeschränkt. Okay. Das ist eher so ein provinzielleres Ding, was draußen ist. Zumindest ist das die Kommunikation, die ich mit den Chinesen bisher so hatte, dass sie mir das halt genauso erzählt haben mit einem Lächeln und einem Bein in den Auge. Ich bin mir bewusst, wo ich hingehe, dass das ein politisch völlig anderes Umfeld ist. Ich bin mir auch bewusst, dass ich nicht da alt werde. Was heißt? Zwei, drei Jahre werden wir drüben sein. Vielleicht im Endeffekt auch fünf Jahre. Aber ich glaube nicht, dass ich da irgendwie meine Rente oder irgendwas verbringen möchte. Das kann ich mir momentan noch nicht vorstellen. Okay, jetzt warst du ja selbstständig. Du kriegst Rente. Nein, meine Frau. Das ist ja super. Moderne Ehe. Die hat einen festen Job und kriegt auch noch Rente. Und kriegt auch noch Rente. Das ist der Vorteil, wenn man Physikerin ist. Ja, okay. Dann arbeitet die wohl nicht in der Kreativwirtschaft. Nein, die arbeitet für ein uraltes deutsches Unternehmen. Wo noch richtige Gehälter gezahlt werden. Wo noch richtige Tarifgehälter tatsächlich gezahlt werden. Ich spreche zusammen. Und IG Metall Tarif ist nicht so schlecht. Cool. Ja, dann sind wir jetzt alle neidisch. Nein, alles gut. Die Frage, die ich mir stelle, als ich das gehört habe, dass du nach Shanghai gehst, habe ich das ja erst für einen Scherz gehalten. Dann stellte sich ja sehr schnell raus, dass das gar kein Scherz ist. Und ich habe dann sofort so Bilder vor Augen gehabt, wie man die aus dieser komischen Fernsehsendung kennt, hier von Vox. Wie heißt das nochmal? Goodbye Deutschland oder so. Ich dachte, hat der Lars da jetzt irgendwie so ein Deal mit Vox TV oder so, dass er da irgendwie so ein halbes Jahr für die, ja, sich in Shanghai auffällt. Wie bereitet man sich auf sowas vor? Also bei dir ist das ja jetzt, es ist kein Fernsehformat, es ist kein Joke, es ist ja echt. Es ist die Realität, du reißt hier quasi die Brücken ein, du hast einen harten Cut gemacht, du hast einen Laden aufgegeben etc. pp. Wie bereitet man sich auf sowas vor? Also lernst du jetzt auch Chinesisch? Also ich bin jetzt noch nicht dran, weil ich wirklich noch viel Stress mit Liquidation des Ladens hatte. Wie gesagt, heute der letzte Tag, danach kann ich dann mal durchatmen. Und mal eben kurz Mandarinen lernen oder sowas. Ja, naja, Ni hao, guten Tag, kann ich schon mal Piju, müsste Bier heißen, das ist schon mal für einen Deutschen schon relativ viel wert. Nicht schlecht. Was ich definitiv lerne, kann man jetzt im Podcast leider nicht sehen. Vielleicht jetzt noch sowas wie, wo ist mein Sauerkraut? Wo ist die nächste Pommesbude? Es gibt definitiv deutsche Gastronomie drüben, wo Freunde von uns jetzt eine Hochzeit gefeiert haben. Nein, mit dem Essen habe ich kein Problem da drüben, also wenn man sich so darauf vorbereiten will. Wir haben natürlich den Luxus, dass sehr viel für die Vorbereitung von der Firma abgenommen wird. Also sprich Wohnung suchen. Also wir sagen halt welchen Stadtteil, da gibt es ganz klare Vorgaben unsererseits, weil auch Shanghai hast du natürlich, ich sag mal, reine Wohngebiete oder Wohngebiet, wo du einfach draußen hingehen kannst und sagen kannst, okay, ich gehe auch mal abends nett Pizza essen, normal chinesisches Essen, was auch immer, kann meine Freunde treffen halt. Also in der Hinsicht ist das natürlich schon ein Luxus, den wir da in der Richtung haben. Zu fast 95 Prozent sind die Wohnungen erstmal voll möbliert. Kommst du da rein, hast dann halt ganz viel. Sind das dann so Werkswohnungen oder sowas? Nee, das sind halt ganz normal, das sind Embedded Systems, also das sind halt Hochhäuser. Aber in Shanghai ist es üblich, dass du eine Wohnung möbliert mietest. Aha. Ist nicht unserem deutsch-europäischen Geschmack geschuldet, das Ding. Das sieht dann sehr grausam mit viel Gold und mit viel Bling Bling aus. Aber gut, ist halt so. Ist halt so. Kann man ja auch irgendwo dann... Kannst du eine Decke drüber hängen. Sozusagen, genau. Mit zu viel Gold. Dose Farbe. Und ab geht. Also da werden wir sehen halt. Wir behalten die Wohnung halt hier in Deutschland für, wenn wir zurückkommen. Das ist machbar. Also in der Hinsicht ist das eigentlich alles relativ einfach. Klar, Sprache muss man lernen. Zumindestens... So ein Grundwortschatz musst du da drauf haben, oder? Ja, Taxi-Chinesisch. Also es geht darum, dass der Taxifahrer einen nicht auf den Arm nimmt vom Weg, ich will jetzt doppelt oder dreifache vom Preis her. Und dass man halt ihm auch klar machen kann, hör mal, bis hierhin und nicht so weiter. Das ist so das, was ich lernen soll in den ersten drei, vier Monaten, damit ich halt klarkomme. Wenn man dann halt sich überlegt, ich komme mit einem Juan mit sehr wenig Geld, also unter einem Euro, mit der U-Bahn einmal quer durch Shanghai, das ist so groß wie das Ruhrgebiet, dann merkt man, dass die da wesentlich weiter sind wie wir. Und das natürlich auch viel, viel weiter ausgebaut ist. Klar, das ist der ÖPNV im Ruhrgebiet aber ja generell eine Katastrophe. Naja, das ist ja eigentlich bundesweit eine Katastrophe, wenn man sich dann Länder wie Shanghai oder auch selbst London anguckt. Gerade Shanghai hat natürlich durch das politische System auch wesentlich mehr Kraft, um was durchzusetzen. Also es gibt keine Mopeds mehr in Shanghai. Da gibt es halt nur noch E-Scooter. Also nicht diese normalen Roller, die wir jetzt alle vor der Tür haben, sondern auch E-Scooter halt. Die gibt es seit fünf Jahren. Seitdem hast du da weniger Probleme dann mit verschmutzter Luft zugelassen. 30 Prozent E-Autos. Das schon seit fünf Jahren. Da können die natürlich wesentlich schneller reagieren. Ja gut, jetzt hauen die aber auch mit ihren kohlekraftwerken genug CO2 raus. Und selbst da sind sie am Überlegen, wie sie das regeln können. Weil bei dreieinhalb Milliarden Leuten muss selbst die Partei da gucken, dass sie ihre Leute am Atmen wählt. Das wäre doof, so ohne Sauerstoff ist nicht ganz so dufte. Jetzt hast du ja schon ein bisschen über Shanghai erzählt. Du warst selbst aber noch gar nicht da, ne? Ich werde tatsächlich am 11.11. diesen Jahres zum ersten Mal mit meiner Frau Richtung Shanghai fliegen. Elfter, Elfter. Elfter, Elfter, genau. Was ist nochmal am 11.11. in Deutschland los? Das kann ich dir sagen. Da bin ich mit meiner Frau vor über 15 Jahren zusammengekommen an dem Tag. Auch das noch? Auch das noch. Ihr seid also ein Karnevals. Nein, wir sind kein Karnevals. So ein Karnevalspärchen, Schätzelein. Das ist ja super. Habt ihr euch schön ein paar Kölsch in den Kopf geschraubt und dann… Es war ein alter, aber es war okay. Ja, say no more, say no more. Ja, lustig. Trotzdem habe ich natürlich, da war ich ja eben stehen geblieben, diese Bilder von Goodbye Deutschland im Kopf und sehe dann da teilweise auch Paare oder auch ganze Familien, die hier irgendwie alles abbrechen und komplett unvorbereitet in ein fremdes Land, teilweise in einen völlig fremden Kulturkreis eindringen und sich dann irgendwie nach ein paar Monaten wundern, dass das irgendwie so gar nichts mit dem zu tun hat, was sie sich vorgestellt haben und da auch nur übers Ohr gehauen werden und so nicht wirklich ein Bein an den Boden bekommen. Das klingt bei euch ja alles komplett anders. Also das ist halt im Rahmen eines festen Arbeitsvertrages. Ihr braucht euch da offensichtlich nicht wirklich um eine Wohnung kümmern. Das wird dann vom Arbeitgeber irgendwie gestellt oder so. Also was bleibt denn für dich? Also deine Frau geht ja arbeiten, ole ole, du hast dann die Bude frei. Das ist ja vielleicht eine Woche interessant, aber dann wird es doch auch langweilig, oder? Also ich meine ein soziales Netz musst du dir ja, selbst wenn ihr da schon Anlaufpunkte habt durch die Arbeitskollegen deiner Frau meinetwegen, aber so ein soziales Netz muss man sich ja auch erstmal aufbauen und selbst die Arbeitskollegen deiner Frau, die sind ja Tagsüber auch arbeiten. Also der Freundeskreis ist tatsächlich extern der Firma, komplett, also wenig mit Arbeitskollegen unterwegs, was ich für gut halte. Dann hat man einfach auch andere Gesprächsthemen. Ja, ich werde mir einen Freundeskreis aufbauen müssen, klar. Ich werde mir einen Job irgendwie kreieren, suchen, was auch immer dann da kommt. Also es sind verschiedene Ideen, die jetzt gerade so in Planung sind, ist noch nicht spruchreif, aber es gibt halt Ideen, die man drüber auch als Deutscher machen kann, auch für den Chinesen als Deutscher machen kann. Da sind verschiedene Planungen halt drin. Bestimmte Sachen habe ich aber auch von meiner Frau mehr oder weniger schon, naja, nicht verboten bekommen, aber da war sie nicht so richtig amüsiert drüber. Es gab mal so eine Schnapsidee, da es ja jetzt auch ein DJs Berlin gibt und ein DJs Zürich gibt. Ist das so? Dann könnte man doch auch einfach mal ein DJs in Shanghai machen. Also ein DJs in Shanghai? Die Idee ist ja reizvoll. Die Idee fand ich total reizvoll, meine Frau fand das gar nicht reizvoll. Kann ich mir vorstellen. Weil sie dann halt doch schon Angst hat, dass ich dann irgendwie nachts wieder unterwegs bin und wieder keine Zeit habe. Du hängst ja jetzt den ganzen Tag über dann zu Hause rum, da ist sie ja arbeiten. Naja gut, das ist halt aber auch ein Punkt, den wir dann nach 30 Jahren, für mich nach 25 Jahren Handel erarbeitet haben oder festgestellt haben, dass es vielleicht auch mal sinnvoll ist. Hier nennt sich das so heutzutage Work-Life-Balance. Man macht halt seine 40 Stunden in der Woche und dann ist Schicht. 40 Stunden, die haben wir doch mittwochs schon um, oder? Richtig. Und das vielleicht mal nicht mehr. Gut, dieser Einricht dauert bei mir wahrscheinlich noch. Finde ich ganz interessant. Das ist ja ein komplett neuer Lebensentwurf. Richtig. Ja, durch diese harten Karte kann man halt auch einfach mal über solche Sachen nachdenken. Ja. Verstehe ich. Ich hätte nur, glaube ich, bei so einer Konstellation irgendwie schon ein Problem damit, ja so kein Ziel zu haben erst mal. Aber ich meine, gut, da stellen sich ja wahrscheinlich am Anfang sowieso erst mal ganz andere Fragen. Also man muss sich ja irgendwie erst mal einleben und vertraut machen mit der Region und den Gegebenheiten vor Ort. Und ja, die Kultur muss man erleben, muss man kennenlernen, an der Sprache arbeiten natürlich, am Sprachverständnis arbeiten. Boah, ich weiß nicht, ob mir das reichen würde, ganz ehrlich. Genau. Ich werde es einfach sehen. Also wir werden gucken drüben. Ich werde definitiv irgendetwas machen. Ob ich jetzt direkt, ich finde es halt spannend, einfach rüber zu gehen und erst mal ins Nichts. Das ist es auf jeden Fall. Und dann zu gucken halt, was für Möglichkeiten finde ich vor Ort. Natürlich ist das immer noch, immer nur machbar mit diesem Luxus meiner Frau. Ja klar. Dass die diesen Job halt hat und das funktioniert so. Da bin ich mir auch ganz bewusst drin. Aber wenn ich diese Möglichkeit jetzt habe mit 45, warum soll ich es nicht machen? Ja, wäre es ja blöd. Also wenn es nicht, oder wenn ihr das beide so nicht machen würdet, sehe ich ganz genauso. Weil die Alternative wäre halt gewesen, ihr hättet eine Fernbeziehung irgendwie und das ist ja auf lange Sicht wahrscheinlich auch nicht durchführbar in dem Zusammenhang, oder? Ja, das ist ja im Vorfeld halt persönliche Dinge bei uns halt passiert, wo wir dann halt gesagt haben, Okay, die gehen ja keinem was an. Genau, aber das war halt der maßgebliche Grund, dass wir dann halt zusammen gesagt haben, okay, du machst jetzt deine Karriere, du verfolgst deine Karriere und damit wir damit keinen Hinderungsgrund haben, machen wir den Laden halt so. Ja, klingt sehr rational. Also und ja, ist ja auch modern. Also du hast ja eben schon auch gesagt, das ist ja ein modernes Konstrukt irgendwie. Und der, der die Kohle verdient, der sagt halt, wo es lang geht. Ist irgendwie nachvollziehbar. Kannst du denn auch verstehen, wenn jetzt zum Beispiel Freunde und Bekannte, die ihr hier habt, euch zum Beispiel sagen, ihr seid da total bescheuert, das geht ja gar nicht aus den und den Gründen. Gibt es sowas überhaupt? Habt ihr sowas schon gehört oder? Das bin ich total bescheuert, nicht, weil unsere wirklichen Freunde kennen uns halt, wissen halt auch, wie es mutternd bei uns aussieht. Finden es natürlich dann, ja nicht enttäuschend, aber finde es halt natürlich richtig schade, dass wir halt rüber gehen. Wir haben aber bis jetzt noch keinen wirklichen Freund erlebt, der gesagt hat, ihr habt doch voll einander Klatsche. Sowas will ich ja nie machen. Das haben wir nicht erlebt bis jetzt. Ja, und das heißt, die anderen, mit denen ihr da schon drüber gesprochen habt und so weiter, die finden das uneingeschränkt toll oder die haben vielleicht sogar ein bisschen Bewunderung oder? Ja, viele, die mir auch klar gesagt haben, so ein bisschen neidisch bin ich schon. Einfach mal zu sagen, hey, jetzt kann ich doch nochmal ein Reset machen und nochmal neu anfangen. Das finden wir schon irgendwie spannend. Da haben auch Leute gesagt, nein, da könnten wir nie machen. Es gab die Option, auch in die USA zu gehen. Das war für meine Frau, für mich halt keine Option. Warum? Also da wäre ich, glaube ich, eher... Ja, wir wären in der Nähe von Silicon Valley stationiert gewesen. Ja, das ist super. Paolo Alto. Ja, vor allem die 40 Minuten von San Francisco Innenstadt entfernt, finde ich super. Mit den politischen Gegebenheiten momentan, dann finde ich da noch eine richtige Diktatur, eine ehrliche Diktatur wieder in China irgendwo angenehmer. Super. Das ist natürlich stimmt. Also da ist China ja richtig weit vorne. Ich weiß nicht, ob ich Spaß hätte auf Kalifornien. Glaube ich nicht. Auf Dauer wäre das nicht mein Ding gewesen. Ich war zu oft dann in der USA schon auch verwandt da halt drüben. Das ist nicht meins. Okay. Andersrum, beruflich wäre das auch nicht sinnvoll für meine Frau gewesen. Das muss man auch dazu sagen. Okay, wäre beim gleichen Konzern gewesen, aber eine andere Abteilung? Ja, da wäre Tochterfirma gewesen und das war problematisch. Okay, ja gut. Und da sehen wir jetzt schon, da hat sich alles richtig gemacht. Okay. Und wir haben auch, glaube ich, fünf Sekunden gebraucht zwischen der Entscheidung, entweder jetzt sofort, sprich Oktober Kalifornien oder nächstes Jahr Shanghai. Dann haben wir gesagt, nächstes Jahr Shanghai ist super. Also das war, weiß ich auch nicht. Also obwohl das natürlich sprachlich wesentlich näher an uns dran ist, kulturell näher an uns dran ist, dann doch lieber so völlig ein Neustart. Okay. Eine Frage hast du ja immer noch nicht beantwortet, die habe ich irgendwie vor zehn Minuten schon mal gestellt oder so. Was wirst du vermissen? Ich gehe davon aus erstmal meinen Köpi. Echt? Ja. Das war auch vielleicht eine Idee, vielleicht Köpi-Botschafter zu werden. Sowas. Also ich gehe davon, also doch schon mal ein deutsches Bier werde ich definitiv vermissen. Currywurst. Oh. Also jetzt einfach kulinarisch Currywurst, Köpi. Bommes. Bommes rot-weiß. Ich werde mit Sicherheit meine Kulturveranstaltung, also die ganzen Konzerte und sowas, das werde ich vermissen. Hast du da schon mal Einblick gehabt irgendwie? Gibt es da sowas wie eine Szene, eine Subkultur? Ja. Da kommen wir auch komplett rein. Das Spaxter ist ein Afroamerikaner, der Darkwave auflegt, der früher in den 80ern in Berlin eine Darkwave-Band hatte. Ah, cool. Also, aber da kanntest du den noch nicht, oder was? Ich kenne den immer noch nicht. Meine Frau kennt ihn halt. Das Interessante halt wirklich, das ist ein Rastafari halt, mit Flyern, die eher in der Reggae aussehen für Darkwave in Shanghai. Werbung macht. da gibt es eine Szene. Was wohl wichtig ist, es muss wohl laut sein, es muss wohl schrill sein, dann kommen auch die Chinesen. Und das chinesische Publikum habe ich mir sagen lassen, maximal eine Stunde, dann sind die wieder weg. Haben nicht so viel Zeit, müssen zum nächsten Konzert. Ach so. Und dann tauscht das am Abend immer. Witzig. Spielen die Bands dann auch immer nur 45-Minuten-Sets oder was? Teilweise drei Lieder. Und dann ist Verlangen? Also es gibt so Konzepte wo drüben, wo wirklich alle drei Lieder und die Band gewechselt wird. Kommt gerade richtig Stimmung auf, dann sind sie wieder weg? Es ist anders. Okay. Ja, du wirst davon berichten. Ja, wir kommen auch schon langsam hier zum Ende unserer Folge. Ich danke dir erstmal ganz herzlich, dass du so offen über deinen zukünftigen Lebensweg gesprochen hast. Über die Entscheidung, die er mit gravierenden Einschnitten zu tun hat, sag ich mal so. Das war Lars Hoffmann, ehemals, muss ich ja jetzt schon fast sagen, gleich wird der Schlüssel übergeben, ehemals City-Elektroniker aus Duisburg und der Junge haut ab nach Shanghai. Mein Name, Frank Zepp Oberpichler, ihr habt den RUH-Podcast gehört. Macht's gut, bis demnächst. Danke und Tschüss. Tschüss. RUH-Podcast.